ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal ich bin das serials und wie versprochen geht es hier wieder weiter wir haben jetzt hier diese maler baustelle gefunden auch mal gibt noch einen dritten stock und wenn euch meine videos gefallen könnt ihr ja ein like da lassen oder auch ein abo weil ich sehe dass im endeffekt ich habe von allen zuschauern zehn prozent abonnenten das ein bisschen wenig so wahrscheinlich bequemer besser aber das lagen weg da ist eine kiste vielleicht kann ich da was kann ich auch nicht es mal was weiße jeans ja gut kann man ich auch anziehen haben ein paar slots mehr aspirin da werden wir mal kopfschmerzen haben und 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 Die Achse ist auch bald hin. Die Achse ist auch bald. Die Achse ist auch bald. Dann bauen wir uns mal eine neue Axt. Mal mit 19% kriegen wir ja keinen Blumentopf mehr. Dann machen wir mal. Und Kärften. So. Wir brauchen das. Vielleicht brauchen wir das Seil ja noch. Nehmen wir mal mit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so hinhaut. So. 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 war wahrscheinlich ein eisen warenhändler hier haufen schrott das schreit ja schon fast danach weiter also der regen hier unten im süden ist natürlich gottes geschenk sage ich jetzt mal dann kühlt alles mal ein bisschen ab und wir verbrauchen dann auch nicht so viel wasser was egal was wir machen wir brauchen auf jeden fall eine toolbox brauchen wir erstmals zum draufhämmern haben wir aber eigentlich wenn wir das eisenrohr wenn ich kann man auch eine holzkoile bauen aus einem brett dann haben wir das schon mal panzerband fehlt uns haben wir auch können wir uns schon mal eine schrotflinte bauen also man braucht nicht viel in eisenrohr dann natürlich zwei schrott dann natürlich ein kurzes holzscheid was man aus dem bischen rauskriegt ähm bolzen glaub nägel gehen auch und natürlich tape schau mal das ist uns papier ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine weiße Mapkarte? Nö, passt bei mir. Bei mir ist die Karte normal. Mal. Vielleicht mal Spiele-Daten auf Fehler verprüfen. Hm. Das ist auch ein Phänomen, dass manche Spieler anstatt die Karte eine weiße Fläche haben. Ja, das ist komisch, sehr komisch. So, und dann kann man hier die Dose öffnen, dann kann man aber schnabulieren. Wollen wir mal schauen, ja geht eigentlich, aber egal. Hauen wir erstmal rein. Wir haben ja Platz. Ja, ja. Na ja, ein bisschen Husten. So. 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 Das hebt wir uns auf, für später. Ach herrje, ist das dusch da. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ah, so ist er auch gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Der nimmt man natürlich mit. Der nimmt man natürlich mit. Der nimmt man natürlich mit. Schießpulver ist auch wichtig. Okay. 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 Aber ihr habt jetzt gesehen wie lange ich gesucht habe für einen vernünftigen Wanderrucksack. So und 4. Also so eine Gurke bringt auch gut Wasser. So und 4. So. So jetzt müssten wir eigentlich theoretisch... So jetzt haben wir 4 Stück. Das ist ein 20er Stack. So können wir uns zumindest verteidigen. So. 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 noch mal einer den lege ich mal hierher vielleicht kommt ja irgendwann spieler vorbei aber auch schon hier runter so 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 was sind denn das für häuser hier kenne ich ja noch gar nicht zuckerröbe zuckerröbe der will immer irgendwelche leckerlis kann man mitnehmen liegt einfach hier so rum im schnorchel da braucht man nicht unbedingt da ist nix 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 alles ein bisschen bisschen hoch und die ausdauer wieder so aber so habt ihr immer irgendwie problemchen wo ihr dann lösen müsst wenn ihr auf unserem server mitspielen wollt ist das auch kein problem denn am anfang der letzten folge habe ich euch gezeigt wie man drauf kommt wir haben weder passwort noch weit lässt also folgedessen absolut easy hier drauf zu kommen so was haben wir denn hier so was haben wir denn hier also die wo auf einer solchen palette drauf stehen sind äh immer gleich ooooh nehmen wir gleich mal mit ooooh hab die pistole gefunden Schaltdämpfer für Hunter da kommen ja mal die taggeber mit so schaltdämpfer schaltdämpfer Okay. Da haut es dich an. 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 Irgendwo haben wir doch die Kisten. Da haut es dich an. Da haut es dich an. So. Dann guck mal den Gummi. Das hat er auch noch rein. Dann natürlich das hier. Und das hier. Frisch von Sirius. Da haut es noch. Machen wir noch die da rein. Dann guck mal den A-Set machen wir noch rein. Und ein bisschen Money. Und drauf aus selbst. Da haut es dich an. 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 Oh. 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 Oh, oh. Vielen Dank. 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 So, dann schauen wir doch mal. Die Rater-Maschine und das, dann noch eine Kunai. Meine magische Axt. Alles im Schloss. Schließen wir gleich mal ab. Sollen wir auch ein bisschen was tun. Wir kriegen es auch ein bisschen was zum Craften. Das ist ein bisschen was tun. Das ist ein bisschen was tun. Und einen Zombie-Kopf. Und einen Zombie-Kopf. Und eine Zombie-Haut. Und einen Knochen. So. So. Ja. Alles ist ein bisschen was tun. Alles ist ein bisschen komisch. Aber macht nichts. Das ist ein bisschen was tun. 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 Das kann man also auch nicht gut lassen. Aber nicht verstecken. Findet bestimmt keiner. Ähm. Oh. so 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 dann legen wir das gleich mal rein schauen wir mal ob wir vielleicht noch einen Kandel stellen finden oi so 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 also für alle die immer hier unten seit z3 meine stadt mit dem campingplatz so am westlichen ende falls ihr wie ich wie blöden brunnen sucht so 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 da geht es auch gleich zur brücke so 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 nicht geplant hört einfach die straße auf ja 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 So, und falls ihr es wieder vergessen habt, liebe Zuschauer, wenn euch das alles gefällt, was ich hier mache, macht einfach ein Like rein, lasst ein Abo da, falls ihr nicht schon eins habt, und dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald wieder ein Video online gestellt wird von mir. So, jetzt fahren wir mal, schauen doch mal, wie ich fahren kann. Ui, also in tiefer Wasser kann man nicht fahren. So, jetzt fahren wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, jetzt fahren wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Und dann bedanke ich mich für das Zuschauen in dieser Folge. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Was dann drankommen wird, kann ich noch nicht sagen. Ja, muss man dann mal sehen, was dann so alles kommen kann. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dorthin, bleibt gesund, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis denne.